Ich bin Uwe. Ich bin Jörg. Willkommen aus Deutschland. Wir sind Pangekampfer. Bekannte Leidenschaften Pangekampfer. Wir sind zum siebten Mal hier auf Lanzeruoto. Wir haben hier wie eine Heimat gefunden. Zu dem Haus, in dem wir hier wohnen, das ist wie ein Zuhause. Es ist wirklich schön hier auf der Terrasse sitzen, Sonnenschein, Wein trinken, Waldabfall zurück machen. Genau. Und somit ist das ein Zuhause. Wir kommen wieder. Auf jeden Fall. Und nächstes Jahr kommen wir wieder. Ja. Und dann halt wieder wieder. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020